Ah, das war lustig. Hallo und herzlich willkommen hier auf Fliploid, euer Lieblingskanal für 360-Grad-Unterhaltung. Und weil ihr genauso liebt wie wir, wenn es anderen Leuten schlecht geht, gucken wir uns heute Watch People Die Inside Nummer 7 an. Funny Fails Compilation, soll richtig gut sein. Empfehlung aus der Community. Wurde mir per Insta DM geschickt, ich bin gespannt. Wir sind schwer gespannt. Und deswegen gehen wir mal rein in die VR-tanzende Dame. Oh, oh. Oh, lol, Alter. Hä? Also, null Reaktion, ne? Hä? Hä? Okay, die Schuhe sind durch, ey. Die Frage, die im Raum steht, ist. Bekifft, Absicht oder dumm? In der Reihenfolge. Spannende These, spannende These. Oh, no, 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 oh, no, oh, no, oh, no, oh, no, oh. Oh, ich hab so Angst. Oh, come on. Was zum Fick? Warum? Auf jeden Fall bekippt. Ja. Das ist der absolut 100% typische Move, du hast einen Shaker und du denkst, okay, alles klar, schraubst zu und entweder der Deckel ist nur so draufgelegt oder du hast den Deckel einfach legit vergessen, schraubst zu und machst einmal so und saust alles um mich rum ein. Vor allem mit Eiweißshake willst du das ja auch nicht, das Zeug stinkt ja auch so schnell. Das war zum Glück nur Orangensaft. Frag mich, welcher Saft? Einfach Orangensaft. So, turn up. Oh no, it just didn't. Oh no, it didn't. Oh no, oh no. Oh, shit. Oh, bitter. Schnell den Reis einlegen. Oh, 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 oh. What? Er will das kaputt machen, oder? Ich würde nicht wundern, wenn er in Ohnmacht fällt. Oh, Leute. Er ist der Typ, der bei den ganzen TÜV und Dekra Prüfungen, bei diesem Bremsentest, der das Laufband anschiebt. Oh, sie trollt ihren Mann. Unser Rad, unser Radkontrollroboter ist kaputt. Holt Kevin. Oh, sie trollt ihren Mann so hart. Sie hat eine Nudel im Mund. Oh, okay. Hartz. Oh, nein, der Arme. Oh, bitter. Oh, Gott. Oh, Gott. Guck nicht rein. Oh, Gott. Ich habe ein Bier. Das ist Fake. Ich habe es überall über TikTok gesehen. Wirklich? Okay. 3, 2, 1. Okay, was? Also, er hatte das Fake-Glas. Das hat er gesehen. Und wenn du das Fake-Glas behalten würdest, würde da kein Wasser rauskommen. Aber er hat nochmal Wasser draufgekippt. Gemeiner Sohn. Aber interessant, dass die Mutter alles über TikTok schon gesehen hat. Sie kennt das. Sie ist im Game. Mama weiß alle über Toktik. Wo ich gerade den Typ mit dem Golfschläger sehe. Kennt ihr den Typen, der auf TikTok immer mit einhändig die Golfabschläge macht? Nein. Der krasseste Typ, den ihr je gesehen habt. Der macht einhändige Golfabschläge und das ist das Krasseste, was du je gesehen hast. Okay. Das ist wirklich so gut. Wenn du das sagst. Ja. Also, ich kann dir jetzt schon sagen, dass ich ihn krass finde. Das ist schon gut. Bye-bye, Alter. Ich finde den nie wieder. Ich hoffe, es war kein Teures. Die Golfkarriere beendet. Einfach vorbei. Jupp, I guess. Oh, no. Ah, mother... What? Okay, das war... Wie lange er gewartet hat? No, you're not that. Like, do not worry. Um, like, I... I do it, it's mostly for comedic effects. I don't know if that's xenophobic or anything. I just did it. I didn't even mean to do it. Whenever... I don't know. I just... I don't know. Hä? Sie wechselt halt zwischen dem amerikanischen und englischen Akzent hin und her. Das war super leise. Okay, und? Was passiert da? Oh nein, 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 alles kippt um, alles... Oh nein. Oh, wie bitter. Oh, oh, oh. Oh, das war aber gut. Oh, verkehr angehalten, mit Respekt. We're trying to get into our house through the window, because our parents decided to leave without giving us a spare house key. Das ist halt nicht so geil, wenn die Eltern das machen. Alter, ey. Irgendjemand ruft bestimmt die Polizei. Ähm, das geht definitiv. So? Was? Nein, was? So rum ist ja... Aber so rum ist ja wenigstens halbwegs clever. Ja. So rum ist ja deutlich cleverer. Aber wie will er den denn jetzt über den... Ja, das tut doch weh. Ja, das tut weh, aber... Hat sie ein bisschen eigene Kraft auch? Nee, hat sie nicht. Sie wirklich, sie hängt da wie ein Sack Reis. Oder? Sie bleibt jetzt so. Das ist doch super gelaufen. Ja. Nein. Da ist auch abgeschlossen. Oh, lol. Sie ist jetzt für immer da drin gefangen. Oh, lol. Du bist natürlich richtig sad, Alter. Die kommt da nie wieder raus. Sie muss da verhungern. Ich hoffe, die Eltern sind nicht mal kurz Zigaretten holen. Nee, die sind lange weg. Die sind mal für ein halbes Jahr nach Papua-Neuguinea. Ja, drei Wochen Urlaub, so. Sad. Ohne den Kindern was zu sagen, Alter. Er ist auch gerade. Fällt er oder fällt er nicht? Rettet er sich noch? Ich glaube nicht. Nee, der Zug ist abgefahren. Oh, lol. Aber er ist andersrum gefallen, als ich gedacht habe. Was für ein Arsch, Alter. Aber der hat schon Spaß. Oh. Das muss doch gestellt sein. Ja. Niemand stellt sich so an. Ja, das ist gestellt. Das ist gestellt. Aber sowas sagen. Ja, ja, ja. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, Leute, ist das schnell. Alter, ist das gewonnen. Ach so, das war, ey, komm, das war, ey, mal ganz im Ernst. Das war richtig gut gemacht. Ich habe gedacht, die ist richtig schnell, die Schlange. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe das nicht gecheckt. Das ist echt gut gemacht. Guck mal. Ich habe wirklich gedacht, das ist die aggressivste Schlange. Oh, geil. It's done. It's done. It's done. King, Queen, Baby. Freaking. Oh, mein Gott. Fühle ich. Oh, noch aufs Handy. Wo kam das raus? Der Oma aus dem Trichter. Sie hat den Trink gehalten. Das ist nicht dein Tag heute, Olli. Nee, ich sage gerade so, als ob sie aus der Nase kam. Sie hat halt nicht den Tornado gemacht. Echt mal. Nee. Alter, er denkt, er stirbt. Die Kugel. Geil. Boah, lol. Was ist das? Was passiert jetzt, Alter? Ich dachte, es ist gestern erst mit ihrem Freund passiert. Leute. Was war mit ihm? Ich habe keine lange Haare. Der Schrei. Perfekt. Der war ja dermaßen genau getroffen Macht der den Pool so? Was ist das? Der will ihn enteisen, wa? Ja, aber es ist natürlich am einfachsten mit sich selber Aber ich hab Fragen, er ist oberkörperfrei Das ist kalt Olli, da ist er Nee, das ist er nicht Hä? Er hat sich nicht Bock Was ist mit er? Der Golf ist dein Lieblingsspiel Das ist irgendwie so, als wenn Gabe Newell irgendwie golfen geht, oder? Oh no Oh no, oh Gott Alter, das ist ja eine Katastrophe Alter, in drei Akten Das Ding ist Alter, das kenn ich schon Ja, er geht ja jetzt nochmal in die andere Richtung Richtig steil, oder? Das ist richtig bitter Es ist nicht das Ding in dem Laden, wo halt alles zerstört wird, was auch glaube ich fake ist Oder ist es das? Nee, ist es nicht, ne? Nee Aber ich weiß genau, welches du meinst, das hab ich auch schon gesehen Ich dachte, das wär das Oh, er traut sich aber auch Das ist Eis, ne? Nee Olli, das ist Jesus Krampätze müssen verdichtet sein Okay, okay Ah, screwed Ach, Alter Das war der ganze Schlamm auch noch Oh Gott Der Hund Der Hund hat mich gekillt Ach, das ist ein Hund Die Hausratte hat sich erschrocken Entschuldigung Blitz Eis Aber er zieht auch genau die richtigen Schuhe dafür an, ne? Ja, aber ganz ehrlich Wenn das Wetter so wäre Also Würde ich auch nicht mehr Auto fahren Ich würde halt nicht Mit der Intention zu fahren Zu meinem Auto gehen gerade Oh, oh, geht's da bergab? Oh, yes Nimmt der Speed auf? Nimmt der Speed auf? Er kommt nie wieder nach Hause Er kommt nie wieder nach Hause Der rutscht jetzt so in die Mitte von so einem Pit Und kommt dann nie wieder raus Oh, no, Telefon Oh Bam Ah Sad Er drehzungen Schrödingers Telefon Nein It's dead now Was? Was zum Fick Ich liebe diesen Filter so sehr Es passieren so gute Sachen Das ist bei ihr, Alter Nun Ich warte mal Ich Habe ich gerade einfach nur falsch hingeguckt Oder Ne, es ist einfach umgefallen Ah, da ist ihr Handy Okay Ich dachte gerade Sie stand einfach nur vorne umringlich Ich habe ihr Handy erst nicht gesehen Aber das ist da hinten Okay Okay Ich warte also Hä? Was zum Was? No Ah Das ist ja immer weg Übrigens Ich würde nicht auf einem Skateboard aufstehen Wenn ich liege Ja, das geht schon Wenn du weißt, wie ein Skateboard und Physik funktionieren Ja, ja Und streng genommen war es ein Longboard Ja Aber darum ging es nicht Tja, jetzt gehört es der Schlucht Olli sagt's Nicht sein Tag Nein, sie hat vergessen Sie hat sich zu Nein Wie bitter Oh, Sad Oh, Sad Die Typen oben haben richtig gut Alle, die haben richtig Spaß Sehr gut Ai, ai, ai Läu, was? Er hat die falsche Predigt gemacht Wurde direkt in die Hölle geschickt Die haben da so eine Tür in der Kirche Oh, yeah Nice Er hat doch mehrere getroffen, ne? Gleich zwei weggemacht Zwei, ja Aber schön, dass ich ihn abgesichert habe Er ist ja direkt weg gewesen, Alter Geht steil runter Was ist bei ihr? Nein, sie hat versucht, einen Mund zu fangen Weil ihr zugeworfen wurde Und ist dabei vom Stuhl gefallen Das sah irgendwie aus wie ein Schlaganfall oder so Ja, wahrscheinlich Ist ja auch Watch people die Entschuldigung 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 Ist er sehr erschreckt? Ja, warum ist der Typ hin und dann wieder weg? Was? Ja, erst weg, weil sie sich erschreckt hat Oh, sorry, komm her Er hat gesagt, nein Bodiesnatcher Geile Kommentare da Geile Kommentare da Ja, das ist nicht meine Schuld Okay, du freckst mich aus Ich versuche, ein Fahrrad zu bekommen Das ist ein Verletzter Äh Sie macht den Raptor Das ist das Bein noch oben, aber halt Kunst Ja Oh, so sad, Alter Nice Wie der Ball noch mal abgebounced ist Oh, lol Oh, dieser Fete Alter, was ist das für ein Fete? Oh, now I hope I don't fall Alter, oh, oh, Alter, Leben genommen Aber wirklich Und bam Wie mies Wie gemein, das waren Vater und Sohn an der Überwachungskamera Die ganze Familie drauf gewartet, Alter Warte mal Sie saugt Mit ihren Steine Um den Pool Ja Ja, klar Hä? Ist das bei euch nicht so? Nee Ich bin ein Geringverdiener Ich kenn keinen Pool Ich bin aus dem Weg Geringverdiener Sie saugt mit dem Dyson die Steine um ihren Pool. Ja. Ja. Auch hier stellt sich wieder die Frage, herzlich willkommen zu dä-dä-dä-dä, dä-dä-dä-dä. Dumm oder bekifft. Heute mit unseren Kandidaten die Dyson-Stein-saugende Hausfrau und ich muss einen Einspieler dafür machen. Und der Truthahn und Karen im Deathmatch. Karin ist bekifft. Nee, Karin ist sich sicher, dass der Troutan aus Mexiko kommt. Ja. Er will doch nur dein Freund sein. Lieb mich, lieb mich. Run. Oh. Das sah schon mit dir aus. Er schießt halt einfach alle. Was? Ja. Was ist an der Armchair? Nein! Was? Sie hasst Spinnen oder so? Ja, wahrscheinlich. Aber war da eine? Nee. Einfach nur getrollt. Doch. Nee, da lag was. Da lag irgendwas, aber... Der Sound steht da schon eine Weile. Ey, jetzt zieh durch. Mach ein paar Liegestütze. Ja. Was sind das denn für gemeine Leute? Was? Alter. Hä? Alter. Alter. Ich bin glatt. 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 Heu. Dein Hund läuft über Eis. Verstehst du was ich meine? Beleidig. Ich will nicht, du in die da fliegen. Beleidig. Oh Gott. Oh nein! Oh nein! Oh nein, sie ist komplett runtergerutscht bis ins Wasser, ah, alles klar, ah, shit, das klang super lustig, ah, die Kette an ihrem Telefon, ah, hör auf, wenn sie rauskommt, ah, ich glaube auch der Hund hat es mit Absicht gemacht, geil, das ist mies, das ist richtig gemein, aber die hatte sich schnell wieder im Griff, wow, der Stuhl ist durch den Stuhl durch, sie hat den Stuhl mit ihrem Rücken durchgeschnitten, David Bain hasst diesen Trick, Alter, so sah das aus, richtig krass, David Copperfield braucht dafür überdimensionierte Kreissägen, ja, hör mal, Hä, hä, was, warte, 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 was ist da passiert, was, was ist das, warum ist es geplatzt, hat da jemand irgendwie so ein Böller drunter versteckt und das ferngezündet oder so, sieht so aus, oder? Ja, fuck, oder zu heiß, die Leute schreiben alle Nudelsuppe zu heiß, ja, und dann platzt sie deswegen, oder was, kenn ich so noch nicht, naja, wieso, wenn es nicht, also wenn er zum Beispiel, er hat nicht die Löcher in die Folie gemacht oder irgendwie so weit und das ist so ein Mikrowellengericht und dann steht der Druck extrem und an der schwächsten Stelle macht's bumm. Ja, das, oder, das ist so ein gewölbter Boden und der hat sich ausgedehnt durch die Hitze und dann bumm, dehnt er sich nach unten aus und dann katapuliert's das Ding, das kann sein, smart. Oh Gott, ich hoffe, der war nicht angeschlossen. Mach doch aber sowas nicht, nachdem sie ihn schubst. Super gefährlich sowas übrigens. Oh, Leute. Hi. Yes, I would like a bottle of peanut butter with a straw piece. No, I mean a bottle. Sweet baby Jesus. Thank you. Sweet baby Jesus. Du bist ja einfach ne Flasche mit nem Strohhalm, Alter. Das ist richtig ... Sie ist der Inbegriff von Daydrinking Soccer Mom, Alter. Und bei ihm denk ich mir jetzt nur, stop, I could have dropped my croissant. Ah, das war lustig. Ja, viele schöne Sachen dabei. Das fand ich wirklich lustig, kann ich nicht anders sagen. Oh Mann, ey. Ey, irgendwie sind diese Watch People Die Inside Compilations auch wirklich ... Da ist jeder Clip irgendwie, denkst du so, oh, was, was passiert da? Ja, jeder Clip. Da ist schöne Dichte. So wie bei uns, jedes Video. Also, Freunde, abonniert. Vielen lieben Dank für alle, die supporten auf jede nur erdenkliche Art und Weise. Und, äh, ja. Schönen Tag noch. Bye, bye. Bye.